So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute sind wir wieder mit der Candy Smart. Und wir waschen jetzt Buntwäsche und ja. Ich habe Pulver schon drin, Perlen habe ich auch schon drin. Pulver habe ich, also ich starte schon mal die Maschine. Pulver habe ich Amethyst Blütentraum und einen Schuss Weiße Riese, also das hier. Weiße Riese, Aromatherapie, Color. Und Weißspüler mache ich, oh, nein, ich war es offen. Und Weißspüler mache ich, kuschelweich, Sommerwind. Genau, und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und jo. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Wasser hinzu. Da könnt ihr auch die Perlen sehen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen und ich würde sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Okay. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ist echt trocken also es gibt nicht viel wasser und jetzt habe ich halt schon so weit wasser gemacht also ihr könnt ja sehen hier also jetzt kommt das wasser hoch genau so ja ich hoffe euch hat das video gefallen mal wieder mit der candy maschine hier und ja falls ihr fragen habt schreibt sie mir gerne in den kommentaren gibt mir einen daumen nach oben wenn dir mein video gefallen hat und abonniere den kanal und ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten video wieder bis dann ciao